servus leute und herzlich willkommen bei the car crash review ich bin die dessie und wir sind heute norwegen super krass sind mit vw unterwegs um hier eine plug-in hybrid tour zu machen und ich habe mir heute für euch den vw atheon shooting break als plug-in hybrid geschnappt und möchte euch heute alles zu dem erzählen falls euch das interessiert dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren kanal the car crash review gibt es jeden tag ein video von jan oder auch formieren was werden wir gemeinsam machen damit sie ganz spontan angehalten hier gibt es überall super viele schöne spots ich werde ihn euch optisch kurz zeigen wir werden uns den kofferraum anschauen ist ein shooting break in kombi ist ja wichtig rückbank und anschließend fahren wir ihn hier noch bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an kommt ja vorne angekommen vielleicht erst mal zu unserem kooperationspartner und zwar ist goleasy was machen die jungs ist eine vergleichsplattform für leasing angebote und die vergleichen für euch unter anbietern wie leasingmarkt oder auch vehiculung und da findet ihr garantiert euren besten goleasy preis vor allem plug-in hybride sind super interessant für den leasingpreis denn ihr profitiert von einer förderung von bis zu 7000 euro beziehungsweise einer dienstwagensteuer von 0,5 prozent bedeutet ihr zahlt quasi nur die hälfte bei elektroautos also rein elektroautos ist dann 0,25 prozent und eine förderung von 10.000 euro und jetzt fangen wir hier mal mit der optik an es gibt insgesamt acht verschiedene lackvarianten und hier haben wir jetzt eisvogelblau mega schöne farbe ich finde passt ja auch perfekt nach norwegen hier in diese schöne landschaft und für mich ist der atheon shooting break super schick warum erzähle ich euch vor allem gleich in der seite und was ich an der front total gerne mag ist einerseits hier das sehr präsente vw logo aber andererseits auch generell die sehr lang gezogene mutterhaube die nach unten geht und auch die leuchten die finde ich die sind irgendwie so ein bisschen böse aus wir haben jetzt hier zwei ausstattungsvarianten die wählen könnt einmal elegance oder airline ich habe mir die elegance geschnappt ich finde die irgendwie ein bisschen schicker edler hat einen ja edleren anspruch ihr habt jetzt serienmäßig led licht optional gibt es ist ich das gibt kein matrix led licht das ist ein bisschen schade bei den anderen plug-in hybriden die wir hier zum vorstellen haben gibt es und was jetzt hier vorne auch sehr schick es ist diese chromfarbene ja dieses chromfarbene elemente von noch mal über der lackierten lippe und wenn wir jetzt in die seite gehen sprechen wir vielleicht noch über die maße und der ist jetzt vier meter 87 lang 1 mit der 87 breit und 1 meter 46 hoch der ist schon ziemlich lang und was ich an der seite besonders mag ich habe es ja von schon ein bisschen vorweggenommen ist diese wunderschöne linie die wir jetzt hier haben den gibt es ja als limousine oder eben als shooting break also als kombi heißt wir haben hier mehr kofferraumvolumen und wir haben vor allem auch auf der rückbank sehr viel platz interessant ist jetzt hier an der seite der akku sitzt vor der hinterachse fast 13 kilowattstunden mit dem kommt ihr dann ungefähr nach wltp 57 kilometer weit wie weit wir gekommen sind erzähle ich euch später dann bei der fahrt und wo ihr den laden könnt habe ich ganz vergessen es funktioniert nämlich vorne und das ist ein kleiner kritikpunkt weil normalerweise kennt man das bei den autos ja so dass man hier laden kann ist praktischer weil man muss sich nicht so runter bücken hier vorne haben wir es in der front das ist zwar kein nasenlader aber eben könnt ihr drauf drücken mal mit etwas mehr kraft machen und könnten dann hier neben dem vw logo laden ich mache das jetzt mal auf mit 2,3 kilowattstunden braucht er fünf stunden um voll zu sein und mit 3,6 kilowattstunden braucht er drei stunden und 40 minuten das sind ladezeiten die ganz okay sind auch die reichweite ist gut vw hat aber auch auf dieser tour schon versprochen dass sie einerseits eben an einem schnellladen arbeiten heißt man kann hier eben auch dc laden plus sie arbeiten gerade daran dass bei gleicher baugröße die akkus bis zu 100 kilometer weit kommen sollen guter vorteil vor allem bei plug-in hybriden ist halt dass ihr elektrisch fahren könnt 57 kilometer jetzt im alltag ist auch einiges und durchschnittspendler braucht ihr am tag 40 kilometer heißt ihr könntet die ganze zeit elektrisch fahren plug-in hybrid bedeutet aber ihr solltet auf jeden fall daheim eine wallbox haben heißt eure eigene tankstelle bei euch beispielsweise in der garage oder zumindest auf der arbeit laden können weil nur bei so einem supermarkt laden ist relativ schwierig so oft geht man dann auch nicht einkaufen jetzt schauen wir uns das heck an erst machen wir einen wunderschönen spoiler mit mit so seitlichen finlitz hinten abgedunkelte scheiben hier übrigens auch noch abgedunkelt habe ich euch gar nicht gesagt finde ich sehr sehr schick auch mit dem chrome hier noch mal drumherum und wie gesagt die etwas abfallende dachlinie ist auch mega schick wie auch bei dem mercedes shooting break varianten und hier vw logo at und steht noch mal sehr stolz drauf hybrid erkennt man nur hier an der seite ich finde an der front erkennt man diese ladebuchse gar nicht richtig und ich mag die rückleuchten total gerne weil diese zerklüftet aussehen das passiert sehr viel und das ist auch was sehr besonderes sieht man nicht oft so eine rückleuchte hier hinten dann auch noch mal sehr viel krumm man muss krumm mögen oder nicht ich finde in dem fall vor allem mit diesem eisvogelblau sehr schön gelöst hier habt ihr auch noch das eben kennzeichen genauso wie vorne und jetzt ja keine richtigen endrohre sondern es sind so jetzt mal fake endrohre bzw optische elemente die an endrohre interessieren sollen vielleicht guckt ihr mal unten wo die richtigen sind denn wir haben hier eine kombination aus einem benziner und einem elektromotor zu den motoren erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr jetzt haben wir uns erst mal hier den kofferraum an macht man nicht hier unten auf sondern hier typisch am vw logo ich habe ja damals auch mit einem vw golf fahren gelernt und hier haben wir jetzt 600 bis 1500 liter fassungsvermögen das ist echt viel ihr habt ja super viel platz und ich würde sagen wir schauen jetzt mal hier gemeinsam rein einmal habt ihr hier so eine ladesicherung die ihr nach vorne ziehen könnt und muss ja nicht durch lassen dass ich das auch machen kann so die hakt jetzt hier fest und wenn ihr möchtet und so macht fertig auch wieder zurück in zwei stufen was super witzig ist ihr könnt ihr hier auch komplett raus machen zeige ich euch auch mal dann können wir auch gleich sehen wie hier alles umgeklappt aussieht es gibt auch hier noch so ein netz dann könnt ihr hier was verspannen das super praktisch auch für den einkauf und so und hier unten habt ihr dann noch mal platz für ladekabeln das ist ein sehr gutes attribut was der atheon jetzt hier hat weil ich bin super doof wenn die ladekabel dann irgendwie hier nur so rumfahren rumliegen kachel bedeutet haushalt steckdose und hier habt ihr eben alles fürs ac laden also an der wallbox habt ihr dann hier so wie gesagt schnell laden kommt dann auch noch man muss nur gucken dass das hier immer ordentlich drin ist haben jetzt die klappe die wir wieder zu machen können und jetzt ist eine sache interessant ihr seht ja hier wir haben hier jetzt eine anhängerkupplung ich drücke mal drauf jetzt kommt sie hinten raus zieht 1,6 ton finde ich mega kostet natürlich ein bisschen aufpreis fährt dann hier so raus und wenn ich nicht mehr haben möchte klappt sie wieder weg und ich muss jetzt hier wieder rein stupfen meine hände sind jetzt auch nicht dreckig geworden sehr gut kommt natürlich immer darauf an was man damit transportiert und man kann jetzt die rückbank auch umklappen bevor ich das mache möchte ich euch noch eine sache zeigen hier drüben ist der benzintank und der fast 50 liter heißt ihr habt die 50 liter plus eben noch mal die 13 kilowattstunden fassende akku insgesamt reichweite sprechen wir gleich darüber jetzt klappe ich euch mal noch die rückbank um gehe dafür auf beide seiten so jetzt ist die rückbank umgeklappt und jetzt können wir mal schauen super viel platz das teil da hinten könnt ihr auch noch weg machen dann habt ihr auch diese blöde kante da vorne nicht sonst ist die ebene hier sehr flach könnt super viel transportieren und vor allem auch hier drin pennen zwar mir zu elektrische heckklappe was jetzt als nächstes machen ist gemeinsam in den innenraum gehen beziehungsweise auf die rückbank der radstand ist über 2 meter 80 lang und dann würde ich sagen ihr kommt mal mit ja hier hinten angekommen erst mal ihr seht ich habe super viel platz die sitze sind jetzt auf jan angestellt das 1 meter 88 groß nach vorne hin ja gute drei fäuste nach oben hin zwei fäuste es gibt hier übrigens auch optional noch ein glasschiebe panorama dach das würde ich auf jeden fall haben wollen könnte ich nicht darauf verzichten vor allem eben hier in diesem innenraum der ist so schon sehr hell und ich kann mir sehr gut vorstellen dass er eben dadurch noch heller und freundlicher wird sitze sind jetzt hier sehr angenehm ist ein kunstleder kombination von einem hellen beige und einem dunklen grau wenn wir hier die mittelarm konsole mal runter machen ist die weich gepolstert ihr habt hier auch noch zwei cup holder plus ihr habt sehr gut wenn ich es aufgekommen eine durchreiche heißt ihr könnt jetzt hier auch skifahren gehen damit ich mache die mal ganz runter könnte auch längere dinge damit transportieren oder hier eben wieder hochklappen dann hat man in der mitte platz kleiner nachteil ist in der mitte mitfahren wird relativ schwierig wenn ich die beine hoch mache wird es unbequem ich müsste sie dann hier nach unten machen das ist halt ein vorteil von elektroautos die haben nämlich hinten meistens oder eigentlich kein mittel tunnel deswegen haben sie auch meistens platz und das macht beim mitfahren immer ein bisschen angenehmer hier habt ihr dann auch eine sitzheizung lüftungsdüsen die ihr selbst noch mal einstellen könnt qualität sieht sehr gut aus schauen wir mal noch in die tür und da fällt erstmal auf rahmenlose scheiben mega schick vorne und hinten sehr schöne tür hier so ein klavierlack element ist so ein kleines muster hat türöffner ist sehr schön integriert hier noch mal auch wieder das kunstleder hier kann es ein bisschen weicher gepolstert sein wie ich finde und hier unten habt ihr ein bisschen hart plastik aber die tür sieht schon sehr gut aus was wir jetzt als nächstes machen ist gemeinsam nach vorne gehen und erzähle ich euch noch was zu den motoren die wir jetzt hier haben und zwar haben wir hier ein plug-in hybrid heißt wir haben eine kombination aus einem 1,4 liter benziner der hat 156 ps und einem elektromotor mit 115 ps der elektromotor sitzt jetzt im sechsgang doppelkupplungsgetriebe und zusammen haben wir eine systemleistung also der elektromotor und der verbrenner von 218 ps und 400 newtonmeter maximales drehmoment in 7,8 sekunden ist er auf 100 fährt v max 220 km h 222 sogar die zwei sollte man nicht vergessen 140 fährt er dann v max elektrisch wir werden auch gleich gemeinsam elektrisch fahren und verbraucht nach wltp 1,1 liter beziehungsweise 15 kilowattstunden was wir verbraucht haben erzähle ich euch auch gleich soviel jetzt hier zu den motor varianten wir gehen jetzt noch gemeinsam rein ich zeige euch noch den innenraum und dann würde ich sagen fahren wir gemeinsam los kommt mit weiter geht es wie versprochen hier mit dem innenraum und fangen wir als erstes mal gemeinsam mit dem sitzen an die sind jetzt hier sehr bequem weich gepolstert auf der seite hier in der mitte wieder dieses beige hier draußen dann grau wüsstete übrigens dass die kombination aus beige und grau gräsch heißt ich habe es nicht gewusst ja sehr bequeme sitze auf jeden fall nicht zu aufregend nicht zu unaufregend kopfstützen sind sehr weich gepolstert und ihr könnt ihr hier auch in der höhe einstellen sehr sehr gut schaut mit mir mal noch in die tür und in der tür seht ihr jetzt die gleichen farben die ist sehr gut verarbeitet natürlich habt ihr unten ein bisschen hart plastik oben wieder das klavier lag wie auch schon auf der rückbank ich mag den türöffner sehr gerne und oben dann auch noch mal so ein soft touch beziehungsweise auch eine bezogene fläche und ich habe es euch ja gesagt da vorne sind die scheiben auch rahmenlos das finde ich natürlich mega schick und eine wichtige sache noch die spiegelkappen draußen elegance typisch sind die in einem silber gefasst und wenn wir jetzt gemeinsam hier weiterhin über den innenraum sprechen gucken wir uns vielleicht mal das cockpit an und das ist jetzt sehr waagrecht hier man fühlt sich hier sehr wohl wieder sehr viele graue elemente hier dann aluminium optik hier klavier lag das muss man mögen denn wenn ich hier drauf drücke hat sieht man meine finger drücke relativ schnell lüftungsdüsen sind auch sehr schick waagrecht angeordnet hier oben dann soft hat und hier auch noch mal so ein gemustertes element mittelarm konsole ist mit so einem soft hat ist relativ breit die mag ich sehr gerne ich habe hier noch mal so eine armauflage darunter einfach mit zwei usbc lademöglichkeiten usbc finde ich mega gut weil ich habe mittlerweile keine normalen alten usb anschlüsse mehr schreibt mir gerne in die kommentare wie es bei euch da so aussieht weil ich kann ja nicht immer nur von mir ausgehen hier in der mitte dann zwei cup holder die kann ich dann hier auch noch zu machen hier habe ich dann auch noch ein kleines münzfach 12 volt steckdose und hier dann auch noch die parkbremse sechsgang dsg haben wir jetzt hier in der mitte ist es übrigens keinen siebengang dsg wie bei den anderen wie auch vw konzernprodukten sondern ein sechgang dsg denn bei plug-in hybriden sitzt der elektromotor eben im getriebe habe ich euch ja schon gesagt start stop knopf haben wir jetzt hier hier in der mitte haben wir dann auch noch den e mode die verschiedene modi und den gte modus da sprechen wir gleich bei der fahrt genauer drüber und jetzt würde ich sagen bevor jan sich einen hexenschuss holt kommt er mal rein und wir sprechen als nächstes hier über das lenkrad das sehr angenehm in der hand liegt wir haben jetzt hier an den seiten perforiertes leder hier oben dann weiches leder in der mitte auf den preitopf das neue vw logo und das ist jetzt das multifunktions lenkrad mit digitalen touchflächen hier drüben habe ich dann alles für die sprachsteuerung für die steuerung des digitalen cockpits hier habe ich dann alles für den abstandsregeltempomat sprechen wir auch später drüber und wenn ich jetzt hier auf view klicke sollte da vorne was passieren ja es passiert was und zwar könnt ihr jetzt drei verschiedene ansichten wählen einmal diese hier einmal die hier mit runden rund metern und aber auch diese groß und ihr könnt euch auch hier verschiedene dinge anzeigen lassen audio telefon information zum fahrzeug gefahr daten haben wir dann hier auch noch mal alle assistenzsysteme die navigation ich finde die navigation am schicksten da vorne besonders sehr groß head-up display haben wir jetzt auch das ist nicht integriert in der scheibe sondern das ist hier vorne noch mal so eine glasscheibe da habe ich aber alle informationen die ich brauche heißt ich habe da die verkehrszeichen erkennung ich habe navigation integriert und auch die assistenzsysteme finde ich gut natürlich wäre es in der scheibe noch mal ein bisschen besser gewesen und jetzt sprechen wir noch über das infotainment system und das ist für mich verständlich durchdacht und wir haben jetzt hier nicht zu viel digitale flächen noch ausreichend knöpfe ist es ein bisschen anders wie jetzt beispielsweise neuen golf hier haben wir wie gesagt den gte modus das für den elektrischen boost die verschiedene modi sind eco komfort normal sport oder individual was kann man alles bei individual einstellen das ist die lenkung des dcc das acc dcc ist hier übrigens immer serienmäßig die lichtassistenz und auch die klimatisierung und wir haben jetzt hier noch verschiedene andere dinge motor ich euch noch zeigen hier ist der mode da oben könnt ihr den einstellen könnt euch auch die batterie laden heißt wenn ihr das auto an habt lädt der verbrenner den akku auf darüber erzähle ich euch auch gleich bei der fahrt noch was und den reihen modus eben so hier habt ihr dann auch noch mal erklärt hier in der seite auch noch mal flächen mit denen ihr dann eben ja die verschiedensten wichtigsten dinge sofort anwählen können zum beispiel eben hier das menü hört auch diesen ton noch mal für mich sehr witzig habt ihr dann eben alles zur navigation die habe ich euch vorne schon gezeigt die funktioniert sehr gut auch hier in norwegen übrigens vw danke nochmal für die tolle tour es ist sehr schön hier habt ihr auch alles für app connect also apple carplay android auto fähig hier die informationen zum fahrzeug und da habt ihr die e-anzeigen also den energiefluss hat hier eine zero emission anzeige und habt noch mal ein e-reichweiten monitor ihr seht jetzt potenzial null kilometer wir haben den wirklich ganz runter gefahren damit ich euch sagen kann wie viel wir wirklich in reichweite haben drei kilometer kommen noch rein elektrisch schauen wir uns dann noch mal genauer an und hier habt ihr bei der auswahl dann auch noch mal einstellungen für das digitale cockpit für die fahrdaten da hat dann auch noch mal die information und dann habt ihr hier auch noch mal den fahrzeug status wenn ich wieder zurück zum menü gehe und ihr seht auch schon das funktioniert sehr schnell ich komme damit gut klar haben wir hier noch den nächsten wichtigen punkt den ich euch zeigen möchte und zwar die assistenzsysteme und ihr habt ihr alles für teilautonomes fahren level 2 also eine automatische distanzregelung notbremsassistent spurhalte assistent spurwechsel assistent verkehrszeichen erkennung die besonders hier in norwegen wichtig ist weil man dafür bloß nicht schneller fahren weil sonst muss man auch in den knast wenn es blöd läuft fast so wie bei monopoly anhänger erkennung habt ihr jetzt hier auch noch mal optional müdigkeit erkennung und einen proaktiven insassenschutz so viel dazu ich gehe hier noch mal zurück der e-manager den habe ich euch hier noch nicht gezeigt ihr könnt ihr nämlich auch die batterie noch mal vorkonditionieren damit die auch einfach besser lädt heißt ihr könnt jetzt hier pro tag einstellen wandel bitte geladen werden soll das ist sehr praktisch habt ihr auch noch mal ein paar einstellungen zur klimatisierung und auch zum ladestrom ob der maximal oder reduziert einläufen soll und habt ihr auch noch die untere batterie grenze die ihr jetzt anpassen könnt ich denke das war jetzt das aller wichtigste unten habt ihr noch die klimaanlage mit sehr vielen knöpfen die aber digital funktionieren hier über dieses herüberfahren kann ich dann hier die stärke der lüftung rein machen ich habe hier unten sonst auch alles zum ausschalten das sind digitale flächen kleiner kritikpunkt ist vielleicht noch lautstärke funktioniert hier oder hier ja da muss man sich daran gewöhnen wir haben keinen drehregler mehr wie damals neben golf in dem ich dann fahren gelernt habe was wir jetzt aber machen das genau dass wir fahren gemeinsam los und schauen wie er sich so fährt kommt mit weiter geht mit der fahrt und erst mal starten wir von auf dem relativ kleinen start stopp noch hier unseren shooting break hier vorne fährt dann das head-up display nach oben raus das knarzt am schluss ganz witzig und was ich als nächstes mache ist euch mal die rückfahrkamera zeigen so sieht sie aus sie könnten ein bisschen schärfer sein hat doch gerade gesehen die kamera ist integriert das vw logo heißt wenn das aufgeht fährt es so raus sieht man am anfang immer ganz leicht hier habt ihr dann hilfslinien die auch gut sind bei der rückfahrt und jetzt fahren wir gemeinsam los wir sind jetzt im komfortablen modus und was jetzt als allererstes hört ist wir fahren rein elektrisch los sind gerade im hybrid modus und das ist natürlich einer der vorteile bei plug-in hybriden ihr habt gerade beim starten wo der verbrenner ja meisten energie eben verbraucht direkt die elektrische anfahrt das ist sehr gut vor allem eben für die umwelt und jetzt sprechen wir vielleicht darüber wie er sich jetzt im komfortablen modus fährt und er ist sehr komfortabel ihr habt jetzt gerade gehört der verbrenner ist jetzt gerade dazu gekommen wir sind im hybrid modus ich bin jetzt ein bisschen mehr aufs gas gegangen und vor allem ist der akku ja jetzt langsam schon leer wir haben ja wirklich geguckt wie weit wir gekommen sind und das erzähle ich euch jetzt einfach direkt wir sind 51 kilometer rein elektrisch gekommen jetzt muss man dazu sagen wir sind jetzt hier in norwegen man darf hier vor max nur 80 km fahren das ist nicht sehr viel wenn man jetzt auf der autobahn fahren würde würde das deutlich schneller gehen jetzt mache ich mal kurz die klimaanlage hier noch an weil bei jan beschlagen schon die scheiben ein bisschen und wir schauen uns jetzt mal hier an welche mode wir haben ich habe euch ja gesagt ihr könnt jetzt hier den akkufüllstand auch noch aufladen und wie funktioniert das macht der verbrenner dann für euch bedeutet ihr habt quasi die möglichkeit wenn ihr mal eine emissionsfreie ja wenn ihr eine emissionsfreie zone fahren müsst dass der motor eben euren akku wieder auflädt und ihr so eben wieder die möglichkeit habt rein elektrisch zu fahren natürlich ist das energiepolitisch absolute katastrophe sollte man auch nicht machen sondern wirklich wie gewohnt wie geplant daheim an der wallbox oder auch bei der arbeit oder sonst wo laden und jetzt schaut mal da vorne diese straße die ist wunderschön und vor allem diese brücke da vorne ich habe noch nie so was krass schönes gesehen wir sind hier in molde norwegen molde großer tipp falls ihr mal die möglichkeit habt hierher zu kommen macht es auf jeden fall und wichtig ist jetzt auch dass ich nicht so schnell fahre weil wir haben heute gelernt dass vor allem in norwegen man sehr hohe geldstrafen hat oder man muss in den knast das ist ich habe keine lust in den knast zu gehen deswegen wundert euch jetzt nicht falls ich ab und zu mal etwas langsamer fahre weil das ist mir nicht jetzt haben wir noch weitere modi wir haben jetzt hier noch mal normal normal modus und wir haben den sportlichen modus und den benutzen wir jetzt mal fahren jetzt hier ein bisschen schneller hoch und ihr merkt schon der verbrenner kommt dazu nicht mag dieses zusammenspiel aus elektromotor verbrenner in diesem hybriden modus bzw auch jetzt im sport modus das funktioniert sehr gut schaltet sehr guten jetzt achtung das war jetzt ein hubbel die federung ist auch gut wenn wir ein dcc heißt die federung ist auch anpassbar bzw die dämpfer sehr angenehmes fahren vor allem habe ich unfassbar viel platz im kofferraum ich kann mir sehr gut vorstellen dass ich mit meinen kittys damit wenn ich welche hätte in den urlaub fahren kann oder eben auch als vertreter hier falls ich viel transportieren muss die sache ist halt nur die wie gesagt man sollte auf jeden fall laden auch wenn man in urlaub geht gibt es viele möglichkeiten zu laden auch hier in norweg dann haben wir hier jetzt noch den rhein modus heißt ich kann hier drauf drücken und fahre dann rein elektrisch bis vormax 140 km h generell vormax fährt er 222 km h das habe ich euch auch schon erzählt und wir haben jetzt hier auch noch den gte modus das ist ein boost modus und in dem rekuperiert er auch ein bisschen stärker wenn ich hier runterziehe habe ich auch noch den b modus heißt der rekuperierte dann auch noch mal ein bisschen stärker was bedeutet eigentlich rekuperieren beim rekuperieren ist es so dass der elektromotor gleichzeitig als generator dient und den akku wieder auflädt heißt die energie verfliegt nicht einfach wenn wir beispielsweise auf einer ampel zu fahren und bremsen oder eben vom gas runter gehen in manchen modus wie jetzt hier er merkte zieht nach hinten es fühlt sich auch an als ob das auto so ein bisschen ziehen würde und das macht bringt halt eben vorteil mit dass ihr eben den akku wieder damit teilweise aufladen können jetzt erzähle ich euch noch was zum verbrauch und angegeben ist er bei 1,1 liter beziehungsweise 15 kilowattstunden damit kann man jetzt relativ wenig anfangen außer man fährt genauso wie eben diese teststrecke war was jetzt interessant ist ja jetzt hier vielleicht noch mal zurück weil ich einfach diese schöne brücke noch mal fahren möchte was jetzt interessant ist wenn man jetzt rein elektrisch gefahren ist haben wir so ungefähr ja 28 kilowattstunden gebraucht das ist ganz gut wenn der jetzt leer ist also wenn der e-motor leer ist der akku leer ist wenn der akku dann aber leer ist haben wir so ungefähr acht oder neun liter verbraucht kommt natürlich immer aufs fahren an hier bei 80 km h da ist es doch nicht so viel so das habe ich euch jetzt das meiste gesagt rekuperieren laden haben wir gesprochen ich habe euch die verschiedene modi gezeigt ich habe euch erklärt was rekuperieren heißt falls euch noch irgendwas fehlt schreibt es mir in die kommentare wir beantworten das dann auch gerne head-up display finde ich auch gut da vorne habe ich noch alle informationen ich habe eine verkehrszeichen erkennung ich habe die geschwindigkeit die ich gerade fahre habe das direkt im auge auch die dämpfung bzw federung ist ja sehr gut und ich habe jetzt hier die möglichkeit über den kleinen knopf hier den land ist es rein zu machen oder eben nicht und habe dann eben auch den geschwindigkeitsbegrenzer und wenn ich den land ist es drin habe dann hält er mir jetzt hier die spur mal gucken ob es klappt ja manchmal kommt es darauf an ob er jetzt hier die lane erkennt oder nicht in dem fall wird nicht geklappt aber ich habe auf jeden fall die möglichkeit hier in spur halt dass es dann rein zu machen und den lane keep assist und habe eben dann hier einerseits die spurhalte möglichkeit oder eben als andererseits die möglichkeit den abstand zum vordermann zu wahren und so kann ich dann auch auf der autobahn sehr komfortabel fahren kleiner kritikpunkt ist dass jetzt hier die reichweite nur über 50 kilometer ist bald werden die förderungen angepasst dann reicht das nicht mehr für eben die fast 7000 euro beziehungsweise eben 0,5 prozent dienstwagen steuer und auch das schnellladen jetzt hier bei dem plug-in hybrid wäre noch ein bisschen besser vw arbeitet daran haben sie uns gesagt total nahe möbel vw arbeitet daran und das ist noch ein kleiner kritikpunkt aber was wir jetzt als nächstes machen ist zurückfahren und dann zauber ich euch ein fazit kommt weiter geht es jetzt mit meinem fazit zum atheon und ich muss erst mal sagen leute wenn ihr euch überlegt einen plug-in hybrid zuzulegen dann solltet ihr auch die möglichkeit haben den zu laden entweder bei euch daheim oder auf der arbeit auf jeden fall irgendwo wo es regelmäßig passieren kann denn ich finde beim einkaufen reicht es nicht und vor allem finde ich super schlimm wenn man dieses auto wieder zurückgibt und die kabel einfach verpackt bleiben dafür sind die nicht gemacht ich mag plug in hybride aber es sind für mich keine übergangslösung denn es kommt ja immer so aufs fahrprofil an und ihr habt hier eben die kombination aus ich kann elektrisch fahren vor allem kann ich hier jetzt bis zu 50 km elektrisch fahren was wirklich sehr gut ist es reicht für den durchschnittspendler andererseits könnt ihr aber auch den verbrenner hinzuziehen heißt ihr habt wirklich das beste aus beiden welten deswegen bin ich ein großer fan nicht nur wegen der optik die ich jetzt gleich besprechen werde jetzt habe ich eine frage an euch ich habe ja vorne gesagt es sei hier ein nasenlader ich finde aber nasenlader heißt direkt mitten im gesicht heißt das wäre für mich ein nasenlader und nicht an der seite jan sagt aber nasenlader ist es genauso schreibt mir immer gerne die kommentare wie ihr steht ich schätze mal ihr seid ganz meiner meinung und jetzt sprechen wir noch über die optik und ich finde der atheon shooting break ist einer der schönsten kombis die gerade auf dem markt sind vor allem wegen dieser leicht herabfallenden dachlinie ich finde er hat eine wunderschöne form es ist das flagschiff von vw ich stehe auf dieses auto vor allem eben hier in der elegance oder elegance ausstattungsvariante und jetzt sprechen wir über den preis jetzt wird es interessant der atheon beginnt nämlich bei 42.000 euro als verbrenner als plug-in hybrid beginnt er bei 51.000 euro und als shooting break beginnt er dann bei 52.000 euro das sind preise die sind gut vor allem wenn ihr euch überlegt dass ihr eben die förderung die ich euch gerade schon genannt hat bekommt oder dienstwagen steuer von 0,5 prozent heißt ihr bezahlt quasi im endeffekt nur die hälfte und das ist echt sehr sehr gut schreibt mir gerne in die kommentare wie so euer eindruck war sehr komfortables fahren ich mag dieses auto bisschen viel digital im innenraum aber das ist ja wie immer geschmackssache wer dieses auto auch gut finden wird ist unser kooperationspartner goleasy was machen die jungs das ist eine vergleichsplattform für leasing angebote und die vergleichen für euch unter anbietern wie leasingmarkt oder auf vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten goleasy preis hier seid ihr aber gelandet bei the car crash review hier gibt es jeden tag ein video von jan oder auch von mir hier seid ihr bestens informiert und dann würde ich sagen sehen wir uns hoffentlich bald wieder bis dann